Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Mittwoch. Es ist soweit. Eingewöhnung für Samu im Kindergarten. Wir haben ja gerade schon die Sachen runtergebracht. Das ist Lias, sein alter Rucksack. Da steht auch drin. Den alten muss ich mal oben wegmachen. Aber ich hatte zwischendurch gedacht, ob er seinen eigenen neuen kaufen oder sowas. Aber das wäre ja voll die Verschwendung, weil das ist echt ein richtig guter und auch ein toller Rucksack hier. Der ist von Affelzahn. Der ist winzig. Solange der funktioniert, ist das glaube ich auch in Ordnung. Ansonsten werden wir auch so viele andere Rucksäcke. Dann haben wir unsere Schuhe runtergeholt, die ich ja schon geholt hatte. Das sind ja diese hier, die Hausschuhe für den Kindergarten. Immer noch schön abgerundet mit einer schönen Sohle. Und die haben ja super gepasst. Da bin ich gerade dabei mit Eing. Das habe ich bei allen Sachen so gemacht, wo ich nicht irgendwie was großartig draufkleben konnte. Da werde ich jetzt seinen Namen drauf kritzeln. Dann mache ich für Lias noch seine Snackbox fertig. Die beiden Flaschen kommen da ja nur rein. Und der Samu wird aber jetzt gleich noch zu Hause frühstücken, weil ich nicht weiß, ob er überhaupt dort frühstückt. Wie es abläuft und so weiter und so fort. Deswegen möchte ich, dass er da nicht irgendwie dann hoherisch rumsitzt. Ja. Ansonsten sind beide schon angezogen. Hast du deine neue Hose an? Von Spider-Man. Oh, ist die cool. Mein Mann hat sie nämlich gerade beide angezogen. Ja, und dann haben wir jetzt 25 vor 8. Wir, äh, Samu, frühstückt jetzt mal was. Und dann zählen wir uns an und machen uns auf den Weg. Und dann berichte ich. Ihr seid so süß. Ja. Erster Kindergartentag, beziehungsweise Eingewöhnungstag. Ihr Süßlinge. Ja, Samu ist bereit. So, dann melde ich ihn mal wieder. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Haben auch schon gefrühstückt. Es ist auch mittlerweile schon kurz nach 11. Wir waren jetzt im Kindergarten gewesen für so anderthalb Stunden ungefähr. Genau, so zwei Stunden nach acht ungefähr waren wir da. Und bis um, ich glaube, um kurz vor zehn oder zehn sind wir gegangen. Ja, so zehn ungefähr war es gewesen. Also, es war alles super gewesen. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich konnte das gar nicht so richtig einschätzen. Wie ist der Samu? Ist er dann eher bei mir? Oder, also, wenn wir so auf dem Spielplatz sind oder sonst wo, dann ist er ja so, tschüss, man sieht Samu nicht mehr. Man muss dem ja wirklich hinterher rennen und aufpassen. Der macht ja wirklich sein eigenes Ding. Aber, ich weiß nicht, es ist halt immer so eine neue Situation, wo Kinder sich erst mal dran gewöhnen müssen. Aber, es war so gewesen, dass wir reingekommen sind. Da wollte er erst mal ganz kurz bei mir sein. Wollte gar nicht richtig rein. Also, wir haben den Lias weggebracht. Da wollte er erst mit den Lias zusammen rein. Dann habe ich ihn genommen, habe gesagt, wir müssen zu der anderen Tür. Und dann sind wir drinnen gewesen. Und dann habe ich ihn ausgezogen. Also, ich durfte auch das allererste Mal richtig in den Kindergarten rein. Das ging ja jetzt die ganze Zeit wegen Corona nicht. Ich war nicht einmal im Kindergarten drinnen. Außer bei Lias bei der Eingewöhnung. Da saß ich aber direkt vorne an der Fensterfront, also an der Eingangstür. Die haben dann so mehrere, die haben eigentlich eine große Fensterfront. Und die haben dann immer solche wie so Balkontüren halt eben, wo man dann rein kann. Genau, und da saß ich. Und ich war noch nie im Kindergarten an sich drin. Also, ich war das erste Mal da, wo die sich auch ausziehen. Also, die ganzen Klamotten und Hausschuhe da sind und so weiter. Da haben wir für Samu erstmal ein Fach ausgesucht. Und dann habe ich da schon mal die Hausschuhe heute gelassen. Habe aber noch Papierkrams mitbekommen und eine Liste, was ich halt alles mitbringen muss. Wusste ich auch so schon. Aber ich werde später, wenn der Samu ins Bett geht, auf jeden Fall auch nochmal zum DM. Ich muss sowieso Einkauf machen und da dann halt eben ein paar Sachen besorgen. Sowas wie Wickelunterlagen und dann Pampis, Feuchttücher. Ich muss ein gescheites Bild raussuchen und dann Passfotos auch drucken lassen. Beim DM kann man das ja machen. Genau. Ja, so ein paar Sachen halt eben. Auf jeden Fall ist der Samu gar nicht bei mir gewesen. Also, ich saß dann mitten im Raum. Also, jetzt diesmal nicht ganz an der Ecke, also schon mitten im Raum. Aber an der Seite, wo die Erzieherin sozusagen ihre paar Sachen haben. Und der Samu kam gar nicht zu mir. Der hat die ganze Zeit gespielt. Mit verschiedenen Kindern gespielt. Als er die Autos gesehen hat, war er sowieso hin und weg. Genau. Also, es ist alles richtig gut gelaufen. Gott sei Dank. Der Lias kam auch irgendwann mal nach einer Zeit. Aber es hat auch gedauert. Also, der Lias kam bestimmt erst so nach, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr. Dann hat er den Samu gesehen. Er hat sich so gefreut. Er war so stolz gewesen. Der Samu kam gerade an seiner Trinkflasche nicht dran. Genau, Lias war auch so stolz. Er hat auch in seiner Gruppe groß erzählt, dass sein Bruder jetzt da ist. Und überhaupt, er war auch heute Morgen so traurig. Weil er hatte mich gefragt, ja Mama, bleibt der Samu dann den ganzen Tag? Und ich habe gesagt, nein, der Samu bleibt nur für ein, zwei Stunden. Und dann war er so traurig. Er hat fast angefangen zu rollen. So richtig, ja. Aber auf jeden Fall gehen wir morgen früh wieder hin um 8.30 Uhr. Und da gucken wir mal. Also bei Lias war es ja so, da bin ich am zweiten Tag tatsächlich schon für eine Stunde weggegangen. Und beim Lias ging es alles super schnell. Und die haben gesagt, also war alles super gewesen. Die haben gesagt, er ist gar nicht auf mich großartig zugegangen. Er hat immer mal wieder nach, also geguckt, so, dass ich so mit einem Blick halt eben. Aber, wie gesagt, er hat sich hier alles angeschaut und hat mit verschiedenen Kindern gespielt. War nicht in sich gekehrt in der Ecke oder sowas. Also alles super, er hat auch gemalt. Und mit einem Puppenwagen ist er rumgelaufen. Und er ist, dort gibt es auch so Treppen, wo man dann, wo oben auch noch irgendwie mit Bälle bat und keine Ahnung was. Da ist er auch hochgelaufen. Da war ich zum Beispiel nicht in Sichtweite. Also es war auch alles in Ordnung gewesen. Genau. Ja, also alles wirklich sehr gut gelaufen. Wirklich wie mit Lias damals. Toi, toi, toi. Alles super. Mal gucken, wie wir es morgen dann machen. Ob ich nochmal da bleibe oder ob ich einfach mal um die Ecke gehe. Dass er mich halt eben nicht mehr sieht, wie er darauf reagiert. Aber er ist auch aus dem Raum raus. Und ich bin da ja auch nicht hinterher. Ich saß da ja einfach die ganze Zeit. Und da ist er auch draußen rum, also nicht draußen draußen, aber aus dem Raum in andere Räume ist er gegangen. War bis zum Frühstücksraum und was weiß ich was. Da haben sie gesagt, doch, der Samu ist hier ein bisschen rumgelaufen, hat sich umgeschaut. Also so ist er aber auch halt vom Charakter her. Er macht halt einfach. Genau. Joa, so viel zum ersten Kindergartentag. Als sie ja vorhin zusammengelaufen sind, ja, so Hähnchen in Hähnchen mit ihren Rucksäcken, da wurde ich kurz emotional. Beide Babys sind groß. Ja, der Samu ist der Zweitjüngste. Es gibt noch einen anderen Jungen, der auch so klein ist wie er. Die sind ein paar Wochen Unterschied, also nicht großartig was. Ich glaube, der andere Junge hatte Anfang November und er halt Ende November. Irgendwie sowas. Aber der ist jetzt auch erst zwei. Genau. Ansonsten sind in der Gruppe alle zwischen zwei und drei Jahre alt. Und auch mit der Sprache hatte ich ja mir so Gedanken gemacht. Aber ganz ehrlich, in der Gruppe spricht niemand. Also klar gibt es das ein oder andere Kind, was schon mal ein, zwei Wörter gesagt hat. Aber keiner spricht da. Viele sind halt auch, die zu Hause nicht deutschsprachig erzogen werden. Das heißt, die Kinder können sich auch gar nicht verständigen, weil sie einfach Deutsch nicht sprechen. Und deswegen, ich habe mir da viel zu viele Gedanken gemacht, dass der Samu da halt noch nicht so richtig verständigen kann. Aber die haben auch gesagt, so lustig, wie er sich, wie er spricht, weil er erzählt ja dann. Er macht ja bla 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 bla. Hat auch immer Lia, Lia, Lia gesagt. Das ist ja Lias. Lia. Ja. Im Kindergarten hat er nicht einmal Dada tatsächlich gesagt. Also es ist einfach nur Lia, Lia, Lia. So lustig. Ja, also war ein sehr, sehr, sehr schöner erster Kindergartenbesuch. Genau. Mal gucken, wie es morgen wird. Ich hoffe, es wird weiterhin so positiv weitergehen. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht so sein sollte. Deswegen, ja. Aber ich werde berichten. Joa. Es sind schon Päckchen angekommen. Heute war der Bossbruder ja ganz schnell. Und zwar einmal bei Amazon ein weiteres Spielzeug aus der Paw Patrol Family. Es gibt ja diese Hauptfiguren. Es gibt fünf Hauptfiguren bei Paw Patrol. Dann gibt es jetzt noch eine neue, die aus dem neuen Kinofilm ist. Die haben wir, die wir mit der Lia auch zu Weihnachten oder Geburtstag oder sowas bekommen. Dann gibt es zwei weitere Figuren. Noch zwei weitere, die ab und zu mal kommen in den Serien. Und die eine hat er jetzt letztes bekommen vor ein paar Monaten. Und das ist der andere. Das ist der Typ, der im Dschungel immer ist. Tracker heißt er genau. Jungle. Also der ist immer im Dschungel unterwegs. Der sieht so lustig aus mit seinen großen Ohren. Richtig goldig. Und den hat er eben noch nicht. Und ja, mit dem und der anderen, die er dann noch bekommt, hat er dann tatsächlich mal alle beisammen. Und dann ist hier eines dieser Weihnachtsröcke gekommen. Diese Fellgeschichte, wo ich euch gesagt habe, ist jetzt natürlich noch total zerknittert. Das muss man einmal schön ausschütteln, vielleicht sogar drüber kämmen. Es fühlt sich auf jeden Fall weich an. Ich habe ja zwei Stück bestellt. Ich war mir nicht sicher. Das ist jetzt einmal komplett nur weißes Fell. Und das andere hat auch weißes Fell. Da sind aber noch silberne Sterne mit drauf. Ja, da muss ich mal gucken, was davon gescheit ist. Ich weiß auch nicht, ob das hier groß genug ist. Ich muss das mal in die Ecke legen. Es könnte, ich denke, es ist noch okay. Es soll ja auch nicht zu groß sein, dass es zu sehr in den Raum rein ragt. Aber sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt. Weil unser, ähm, was machst du denn mit dem Stuhl? Ja, was denn? Unser, äh, unser Stuhl. Unser Weihnachtsbaum ist ja mit diesem weißen Schnee. Und da fällt auch immer mal wieder was runter. Und deswegen ist es gescheit, auch was in der Farbe unten liegen zu haben. Das nehme ich ja immer. Das kann man ja hier auch machen. Das ist bei unserem alten oder unserem aktuellen auch so. Das habe ich ja immer genommen. Einmal ausgeschüttelt, abgesaugt. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber wenn ich jetzt sowas zum Beispiel in einer Farbe unten hinlege, dann sieht man halt eben ständig diese kleinen Schneeflöckchen. Da fällt jetzt auch nicht sonderlich extrem viel ab. Aber klar, die Jungs, die Katze, irgendwer kommt immer mal dran und dann rieselt halt mal was runter. Ja, jetzt warte ich aber noch auf den zweiten, den ich bestellt habe. Und dann entscheide ich mich, welchen von den beiden ich behalten werde. Das sind die Sachen, die jetzt von Amazon bekommen sind. Und noch eine Sache ist gekommen von Amazon. Und zwar habe ich hier nochmal was für einen Kalender bestellt. Genau, ich mache nämlich noch einen Kalender. Ach, Samu. Und mir haben solche Zahlen hier gefehlt. Und ich sage es euch, diese Zahlengeschichte, die gab es ja vor ein paar Wochen überall. Egal wo, für einen Euro, bei Kick, Teddy, Action, was weiß ich was, überall. Und jetzt gab es es nirgendwo. Wirklich, Samu, nein. Nein, lass die Lampe bitte stehen. So, sag mal. Ja, schiebst du wieder zurück? Ja. Aber jetzt in Ruhe lassen. Dankeschön. Ich habe ja nochmal was gesucht und bin dann wirklich in allen möglichen Läden gewesen. Und ich habe nirgendwo auch nur eins gefunden. Nirgendwo. Also absolute Katastrophe. Und deswegen war ich jetzt gespungen, das tatsächlich zu bestellen für 2,99. Das war jetzt wirklich das Aller, Allergünstigste. Also, völlig absurd. Dann habe ich ein Päckchen bekommen. Und zwar Moments. Irgendwas. Warte, wie heißt es hier? Irgendwas von Moments. Ich habe damit überhaupt nichts. Moments Box. Von der Moments Box GmbH. Ich konnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Ich habe es nämlich schon gesehen. Ich habe ja so eine App, wo ich dann immer sehe von der Deutschen Post DHL, was da für Pakete kommen. Und es stand jetzt seit ein paar Tagen schon drin. Und ich habe mir nur gedacht, was oder wer bist du? Jetzt habe ich hier aber gesehen, von der Referenz steht Ocean's Apart. Ja. Packen wir mal zusammen aus. Ich habe nämlich überhaupt keinen geblassenen Schimmer. Ich kriege es hier gar nicht raus. Hier ist nämlich noch ein Karton drin. Ich weiß, dass Ocean's Apart hatte ja das Event absagen müssen wegen Corona. Und die haben dann in der Mail, wo sie abgesagt haben, geschrieben, von wegen, sie würden jedem noch was zusenden als kleine Entschuldigung. Das wird es wahrscheinlich sein. So sieht es hier aus. Also hier ist auf jeden Fall schon mal von Ocean's Apart was drin. Ja, also die haben das hier auch geschrieben, dass wir im Frühling 2022 die große Party nachholen möchten. Dass sie das nachholen möchten, dass sie uns liebe Grüße senden mit dieser Glamour Box zusammengestellt. Viel Spaß. Ja, nochmal ein paar persönliche Wörter, aber ja. So. Hier ist noch was drin. Das sieht aus wie so eine Cocktailbox irgendwie. Ja, Samu. Deiner Partymaker. Das hier ist drin mit verschiedenen Tonic-Sprüchen und so Farten. Also hier ist, ich zeige es nicht. Thank you moments. Und das hier ist jetzt drin. Hier sind einmal drin zwei solcher Schweppes Tonic Water. Schwarzwald Dry Gin Monkey 47. Ich kenne mich mit Alkohol überhaupt gar nicht aus. Ich werde es mein Mann mal zeigen. Der kann damit bestimmt was anfangen. Aber ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Aber da steht Schwarzwald drauf. Finde ich ganz lustig. Für alle, die es nicht wissen. Ich bin im Schwarzwald geboren worden. Genau. Also da sind zwei solcher kleine Flaschen drin. Dann ist hier irgendjemand. Was ist das denn? Sieht wie Lavendel aus. Tatsächlich gibt es luftgetrockneter, essbarer Lavendel. Interessant. Okay. Einmal Lavendel. Kommt es dann mit da rein? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich bin ja so... Hier ist irgendwas in Zeitung eingepackt. So, aber voll süß. Passt total hier zu dem ganzen Stall. Zwei Gläser. Uh, der sieht aber schön aus. Ach, da ist dieser Monkey auch drin. Wie süß. Also hier so ein Becher. Und hier ist so ein Monkey reingestanzt. Äh, Affe. Vor ich wieder auf den Deckel bekomme, weil ich englische Wörter benutze. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass man diesen Gin hier mit Schweppes wahrscheinlich mixt und einen Schuss von diesen Lavendelblüben reingibt. Ich habe keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich irgendwo noch drin stehen. Aber die Becher sind ganz süß irgendwie. Mit diesem Grau vor allen Dingen. Also schön, dass sie nicht irgendwie eine komische Farbe haben. Okay, und ach, guck mal, hier steht auch nochmal die 47, genau wie hier von den Äffchen, von dem Getränk. Okay. Goldig. Und das ist auch keine normale Zeitung. Jetzt müssen wir das mal angucken. Schaut mal. Das ist auch nochmal dieses Monkey. Hier ist dieser Becher abgebildet. Okay, hier steht bestimmt irgendwas Interessantes drauf. Ist alles auf Englisch. Bringt euch jetzt nicht großartig was. Aber das ist das, was in der Box gewesen ist. Genau. Sehr cool. Joa. Ansonsten. Ich weiß gar nicht, ob heute noch was kommt. Falls ja, zeige ich es euch nochmal. Ich werde jetzt nochmal eine halbe Stunde am PC arbeiten. Und wenn der Samo dann im Bett ist, werde ich mich in den DM begeben. Und dort, ja, einiges einkaufen. Ich guck mal, wie viel es wird. Wenn es nicht allzu viel ist, dann werde ich es hier zeigen. Wenn es zu viel ist, dann werde ich vielleicht ein eigenes Video drehen. Genau. Und da muss ich heute auf jeden Fall auch für morgen ein bisschen vorarbeiten. Weil die nächsten, also die nächsten zwei Tage habe ich wirklich tatsächlich sehr, sehr viel. Und heute nicht. Deswegen muss ich ein bisschen vorarbeiten, sobald der kleine Mann aber am Schlafen ist. Weil der ist aufgedreht, wie man hört. So, der Samo ist jetzt am Schlafen und ich bin jetzt losgefahren. Ich stehe jetzt hier vorm DM und werde da erstmal meinen Großankauf hinlegen. Und ich habe hier gerade gesehen, bei Deichmann steht Black Week bis zu 50% auf eine riesengroße Auswahl. Ich bin gerade am überlegen, oder mir ist gerade in den Sinn gekommen, der Samo, der ist ja noch total in diesem, er wechselt so schnell, in der so schnellen Phase, wo man auch ständig Schuhe auswechseln muss. Und ich bin am überlegen, ob ich schon mal zumindest Hausschuhe in der nächsten Größe holen soll, wenn es irgendwie was in dem Angebot gibt, halt in seiner Größe. Mal gucken. Ich hüpfe da, glaube ich, mal kurz rein. Und ich muss auch kurz zum Action noch rein. Da weiß ich aber ganz genau, was ich haben möchte. Und dann geht es wieder ab nach Hause. Ich muss nämlich ein bisschen was drehen. Und ja, aber jetzt gucke ich hier erstmal in diesen zwei, drei Geschäften, die hier direkt sind und zeige euch dann alles, wenn ich wieder zu Hause bin. So, ich bin wieder zurück und das ist mitgekommen. Ich war, also ich war bei DM gewesen. Es ist aber allerdings sehr viel geworden. Es sind zwei volle DM-Tüten. Deswegen werde ich dazu ein sehr privates Video machen. Danach war ich bei Deichmann. Ich habe keine Schuhe gefunden, aber das hier. Genau, ich war ja auf der Suche nach so Zubehör zu Leas, seinem Polizeiautfit, was aber nichts mit Waffen zu tun hat. Handschellen, finde ich, geht noch. Und ich wollte halt so eine Polizeimarke haben. Hier noch so ein Walkie-Talkie. Und ich hatte noch über Amazon so ein Licht bestellt, so ein Verkehrslicht mit Grün und Rot auf der Seite. Fand ich ganz cool, genau. Das ist mitgekommen. Das hat 7,99 gekostet. Danach war ich beim Action. Und zwar ist mir das hier, als ich das das letzte Mal gesehen habe, nicht mehr aus dem Kopf gegangen für den Samo. Der liebt es ja. Und der hat hier letztens auch ganz lange mit so einem LKW gespielt, der auch hier so ein, ja, wo man dann verschiedene Autos draufstellen kann. Also irgendwie ist es mir nicht aus dem Kopf gegangen. Deswegen habe ich es jetzt nochmal geholt. Und dann habe ich noch diesen roten Bus gesehen. Ich habe ja schon mal gesagt, rote Autos ist der absolute Knüller. Der Knüller und so einen Bus haben wir auch nicht. Deswegen, das wird ihn auch. Also die Sachen, sowas freut ihn halt. Damit kann man ihm eine Freude machen. Dann habe ich hier nochmal ein paar neue Socken mitgenommen. Die sind mit so Baggern. Genau. Samo brauchte mal ein paar neue Socken. Dann habe ich die Dinger hier gesehen. Ich liebe die. Und zwar habe ich ja immer hier so eine Gelände, die ich dann auch schmücke wie ein Weihnachtsbaum. Und habe dann hier diese Eiszapfen als Lichterkette dazwischen. Und es sieht so schön aus, wenn da diese Eiszapfen raushängen. Aber die ist relativ kurz. Und ich habe die aber nicht mehr gesehen gehabt. Deswegen, ich habe jetzt mal eine zweite mitgenommen. Das wird dann sehr cool aussehen. Dann brauchten wir unbedingt mal eine neue Klobürste. Da muss, glaube ich, nicht viel zu sagen. Und eine Lichterkette habe ich mitgenommen. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich dann hier ans Geländer die Adventskalender dran hänge, die Tütchen, dass ich da auch nochmal mit einer Lichterkette ein bisschen drum gehe. Sieht dann nämlich sehr schön aus. Auch dekorativ. Genau. So. Und das habe ich euch vorhin ja schon erzählt, dass da noch ein zweites kommt. Hier ist noch das andere Amazon-Paket vorhin, als ich raus bin gekommen. Und ich werde auf jeden Fall das behalten. Das gefällt mir viel besser. Das ist um Weiten wirklich weicher. Das ist richtig, richtig weich. Die Sternchen hier dazwischen finde ich auch ganz süß. Aber vor allen Dingen hier von der Qualität her ist das viel besser. Deswegen, das wird auf jeden Fall bleiben. Und das andere schicke ich dann zurück. Genau. Wir haben mittlerweile schon 2.30 Uhr. Unglaublich. Ich werde jetzt mal schnell was essen und weiterarbeiten. Der Samu schläft noch. Und dann, ja, in der Stunde kann ich auch schon Elias abholen. Ich werde jetzt nochmal schnell was. Ich werde mal verpacken. Und dann, ja. Und dann, ja. Und dann, ja. Vielen Dank.